Der Markenrebell-FM-Podcast. Wir machen Marken. Digital. Inspirationen, Anregungen und Impulse für Macher, Querdenker und Unternehmer. Zum Thema digitale Markenführung. Von und mit Norman Glaser. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört. Hier ist Norman von Markenrebell-FM. Mein heutiger Interviewgast ist der Experte für Online-Sichtbarkeit, Frank Katzer. Er hilft Leuten, mit ihrer Expertise im Netz aufzufallen und hat wertvolle Hacks, um die eigene Vermarktung wirkungsvoll voranzutreiben. Ich bin begeistert, höre seines Podcasts mehr Sichtbarkeit wagen und erfahre von ihm immer wieder Neues zum Thema erfolgreiches und authentisches Marketing. Frank, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Bist du ready und wollen wir loslegen? Sehr gerne, ja. Freut mich. Danke für die Einladung. Ja, sehr gern. Frank, ich starte das Interview immer mit einem Erfolgszitat oder Glaubenssatz. Und ich bin sicher, du hast auch eins. Max, was habe ich jetzt gerade in einem anderen Podcast gehabt? Was habe ich denn da gesagt, Mensch? Ich vergleiche das. Ja, weil ich habe da nicht so die, das sind immer mal so Momente, wo irgendwas aufflackert, wo ich sage, okay, das ist schlüssig. Aber ich habe nicht wirklich die Überschrift über irgendwas oder so den typischen Spruch, den ich auf Post-its draufschreibe und dann immer vor mich hänge. Das habe ich eigentlich nicht. Das wüsste ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Oder was treibt dich an? Was ist deine Motivation, morgens aufzustehen und dein Business zu machen? Ja, das ist zum einen der Spaß, auch nicht zuletzt über das Internet zu arbeiten, Leuten darüber zu helfen, also wirklich online zu sein und unabhängig jetzt im stillen Kämmerchen weltweit veröffentlichen zu können. Das finde ich jedes Mal extrem faszinierend. Ja, sehr cool. Wo wir schon dabei sind, vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen was über dich. Wer ist der Frank Katze privat und was genau du beruflich machst? Gut, privat ist zwangsläufig sehr viel beruflich irgendwie, weil ich das auch gerne mache, was ich mache. Eigentlich so, früher komme ich von der Musik. Ich habe früher sehr viel Musik produziert, habe so mit 11, 12 am ersten Homecomputer, den ich damals gekauft habe, angefangen Musik zu machen, auch wenn da noch nicht viele Töne rauskamen aus den Dingern. Und irgendwie hat sich das über eine Schlagersänger-Webseite dann hin entwickelt zum Webdesign. Das war noch im letzten Jahrtausend, also schon ein bisschen lange her jetzt. Also ganz früher auch so die ersten Erfahrungen im Internet, das war 1994, 1995 oder was noch über CompuServe, da war im Internet noch so ein Button am Bildschirm, den man drücken konnte. Und dann war man im Internet irgendwie, das war komisch. Da hat sich das Ganze so langsam entwickelt in die Richtung Webseiten machen. Und das habe ich jetzt so 15 Jahre gemacht. Irgendwann wird es dann auch ein bisschen langweilig. Und jetzt mache ich mir, so wie das halt häufig so ist, vom Produzierenden bin ich dann irgendwann jetzt mehr der Berater. Und was es jetzt noch mehr werden soll, halt noch mehr Schulungsprodukte, dass sich zum einen mehr Leute das Wissen leisten können sozusagen. Und zum anderen, dass ich noch unabhängiger werde, meine Zeit immer nicht eins zu eins zu verkaufen. Und das ist so eine sehr spannende Entwicklung generell. Und die Möglichkeiten, das fängt ja alles gerade erst an, das ist ja alles noch Pille-Palle, was im Moment ist. Wobei das schon gut ist, aber das ist alles noch in Kinderschuhen von den Möglichkeiten und Bandbreiten und überhaupt. Das ist sehr spannend. Was bittest du für Schulungen an? Im Moment mache ich eine Schulung, was ich jetzt als Kurs verpacke, so einen Facebook-Gruppenkurs sozusagen. Also wie immer bei Facebook eine Gruppe an den Start bringen, weil ich über Facebook-Gruppen selber mich sehr engagiere und vermarkte. Und zum anderen auch so kleinere Tutorial-Webinare, wie ich sie nenne, wo ich Software erkläre, OBS-Software zum Livestreamen und solche Sachen. Also Sachen, die gerade hip sind und wo viele Leute viele Fragezeichen haben, gerade was so Technik-Hürden angeht. Und die nehme ich dann gerne in so eine Stunde, anderthalb Veranstaltungen, wo ich einfach zeige, wie das Tool funktioniert und wie man damit gescheit arbeiten kann. Ohne jetzt jede Funktion da drin kennen zu müssen. Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Also wenn ich da irgendwie noch Bedarf habe oder so, dann schaue ich bei dir rein und dann erklärst du das wirklich, sodass es jeder versteht. Genau, das ist auch das, was ich als Rückmeldung kriege, dass die Leute halt sagen, okay, du pickst jetzt da die Sachen raus und versuchst mir nicht zu erklären, was HTML, CSS, JavaScript und PHP und sowas ist, sondern was ich brauche, um das zu machen, um meine Selbstständigkeit dann nach draußen zu tragen, damit die Leute mich mitbekommen und damit ich die Tools bedienen kann. Was war für dich in deinem Leben so der Punkt, wo du gesagt hast, ich muss mein eigenes Ding machen, ich muss mich jetzt selbst als Marke positionieren? Also das eigene Ding zu machen, war eigentlich nie wirklich eine Überlegung, das habe ich eigentlich immer irgendwie gemacht. Ich habe zwar auch eine Industriekaufmannslehre gemacht, das hat mich halt so abgeleistet, sage ich mal. Nebenbei hatte ich halt mein Tonstudio ein bisschen zusammengestöpselt und Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Mit dem, was ich mache, nach draußen zu gehen, das war 2009, wo habe ich meinen Blog gestartet. Also das war recht spät, jetzt mich nach draußen darzustellen. Vorher war es dann im Prinzip über die Webseiten der Kunden oder über Musik, das war aber keine Selbstdarstellung, das war dann wirklich nur die Firma und eine eigene Webseite von der Agentur halt, also von meiner Agentur, aber eben nicht mehr. Und an die Idee, selber mit mir rauszugehen und dass die Leute interessieren könnte, was ich zu irgendwas zu sagen habe, das hat sich erst sehr langsam entwickelt, so im Prinzip angefangen mit 2009. Da habe ich aber auch noch sehr fachliche Blogartikel geschrieben, bis ich irgendwann so, ja, auch mich getraut habe, mal über meine Selbstständigkeit was zu schreiben oder sowas und gemerkt habe, okay, jetzt habe ich mal hier kein Technikthema nach draußen gebracht, aber die Reaktionen sind richtig krass, wo ich auch dann hier im örtlichen Umfeld Feedback bekommen habe zu meinen Blogartikeln, weil das Leute dazu inspiriert hat, auch mal ihren Job zu wechseln und sowas. Das fand ich schon sehr abgefahren, damit habe ich nie gerechnet, weil ich habe immer gedacht, okay, ich mache hier meine Technikdinger und dann ist gut. Aber das Persönliche hat dann natürlich nochmal jetzt im Nachhinein natürlich viel mehr interessiert. Das ist schon sehr abgefahren. Ja, und wie bist du auf das Thema Sichtbarkeit per se gekommen? War das am Anfang gleich zu Beginn irgendwie in deinem Kopf oder hast du gesagt, das ist das, was die Leute, also nicht nur die Unternehmer, sondern eben auch die Leute, die vielleicht im Angestelltenverhältnis sind und so ihre Expertise auf- und ausbauen wollen? Wie kam es dazu? Das hat sich, das ist wie immer so, entweder bei einem Hundespaziergang oder sowas, wo auf einmal so der Moment ist, wo du denkst, okay, dieses Sichtbarkeitsding, das fasst eigentlich alles zusammen, was ich transportieren möchte, weil Online-Marketing, fast nicht so, Online-Marketing greift für mich nicht weit genug. Das sind so die Maßnahmen, das ist Werbung schalten, das ist auf Facebook mal was posten oder sowas und Produkte raushauen, aber Sichtbarkeit ist dann wirklich mit sich selber rauszugehen und sich selber zu zeigen und sich zu trauen, mal eine vielleicht auch unpopulärere Meinung zu vertreten und auch gerne mal anzuecken mit irgendwas, also wirklich authentisch nach draußen zu gehen. Das hat sich eigentlich erst so entwickelt. Das ist dann war irgendwann, ja, wird so 2012 oder was gewesen sein, 2013, wo so die Überlegung war, okay, was ist die Hauptüberschrift von dem, was ich mache? Und dadurch, dass ich dann auf die Idee gekommen bin, auch mal schrittweise solche Produkte zu veröffentlichen, da kamen halt meine alten Kompetenzen halt wieder zusammen, wo ich sage, okay, ich brauche mir von keinem sagen lassen, wie eine Webseite zu machen ist, das weiß ich selber. Ich weiß, wie ich mich als Ton mäßig aufnehme. Ich weiß einigermaßen, wie man eine Kamera bedient und wie man Dinge erklärt, weil ich halt meinen Kunden früher auch Pflegesysteme und solche Sachen erklären musste vor Ort in Schulungen. und da kamen die ganzen Sachen auf einmal zusammen, wo du denkst, okay, wow, das läuft ja jetzt alles wieder zusammen, obwohl ich nicht mehr diesen Webdesigner-Job habe, sondern die ganzen Kompetenzen kommen zusammen und ich kann es so ein bisschen unter diesem Experten für Online-Sichtbarkeit drunter packen, weil damit habe ich alles offen, damit habe ich Beratung offen. Als Experte kann ich aber auch Kurse anbieten und Webinare und so weiter. Und das war schon sehr interessant, das war aber auch so ein Prozess, der einfach gedauert hat. Also ich bin ja eh jemand, der sagt, nicht so lange grübeln und gucken, wie ist die Positionierung und was muss ich machen und überhaupt, sondern wirklich loslaufen und gucken, was passiert. Mit Ideen nach draußen gehen, gucken, was kommt für Feedback, gucken, worauf reagieren die Leute, worauf reagieren sie nicht und daraus seine Schlüsse ziehen. Aber wirklich loslaufen und nicht nur grübeln. Ja, das finde ich sehr gut. Das fällt, glaube ich, gerade uns Deutschen ziemlich schwer mit unserer Ingenieurdenke, alles bis zur Perfektion treiben zu wollen, um dann online zu gehen oder live zu gehen, sondern wirklich mit den Erfahrungen und dem Feedback aus der Community zu arbeiten und dann die eigene Marke oder das eigene Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Genau, das denke ich auch, das kommt noch erschwerend hinzu. Also als Deutsche auch natürlich so ein bisschen diese Technikangst, die noch zusätzlich dazukommt und diese Datenschutzgedöns, was ja immer sehr schön ist, um einen da rauszureden, dass man das dann doch nicht machen möchte. Das stimmt, das kommt natürlich noch mal erschwerend hinzu. Das ist man nicht gewohnt. Man ist gewohnt, alles fertig zu planen, bis das Produkt fertig ist und dann geht man raus und dann muss man gucken, wer will das überhaupt haben. Und dann wird es schwierig bei vielen Sachen. Und der Gag ist ja aktuell, dass es sich rumdreht, dass ich sage, okay, ich baue mir erst einen Verteiler auf, Leute, die gut finden, was ich mache, die meine Ideen gut finden, auch wenn vielleicht noch kein Produkt da ist. Und nachträglich kommt man dann mit dem Produkt und hat schon gleich Leute, die sagen, interessiert mich, kaufe ich. Du hast vorhin was ganz Wichtiges gesagt, beziehungsweise eigentlich die größte Blockade für Sichtbarkeit angesprochen, und zwar das Thema Angst. Kannst du dich noch an den Moment in deinem Leben erinnern, wo du das erste Mal so live gegangen bist, also wirklich in der Öffentlichkeit, mit deiner Stimme, vielleicht auch bei deinem ersten Video, was da dir durch den Kopf ging oder wie du dich auch darauf vorbereitet hast, um diese Angst zu begegnen? Ich denke mal, je mehr du dich darauf vorbereitest, desto mehr schiebst du es dann vor dir her. Es waren halt so, wenn jetzt so eine normale Live-Situation hier bei der IHK mal einen Vortrag gehalten oder irgendwie sowas über Webseiten, wo man halt schon mal jetzt so eine normale Live-Situation hat, die am Computer-Live-Situation hat halt nochmal, finde ich, mehr Herausforderungen, weil du halt nur in so eine kleine Kameralinse sprichst, ohne ihn gegenüber zu haben, wenn du vielleicht bei den Live-Sachen noch keine Leute im Chat oder sowas hast oder bei Facebook live gehst und da einfach noch wenig passiert, weil der Verteiler noch nicht da ist. Das ist schon eine sehr abgefahrene Situation, an die man sich erst mal gewöhnen muss. Aber ich denke mal, man kann sich darauf nicht vorbereiten. Man muss einfach einen Termin machen, wo man den anderen sagt, hier, dann bin ich live und dann guckt mal, wie man es gebacken kriegt. Also das, je länger du darüber nachdenkst, dass du mehr Ausreden findest, dass du das dann doch nicht so machen. Und du wirst nicht besser dadurch, dass du darüber nachdenkst. Du wirst nur besser dadurch, dass du dann wirklich mal live gehst, deine Fehler machst und guckst, wie was passiert. Aber die Leute schätzen ja da schon sehr, dass du dich überhaupt getraut hast, live zu gehen, dass du da schon mal eine Menge Pluspunkte hast. Und da musst du schon einiges versemmeln, damit es dir jemand übel nimmt, was mir bisher jetzt hier noch nirgends untergekommen ist. Also da gibt es eigentlich, was ich hier mitkriege, in meinem Umfeld jetzt gerade in Facebook oder sowas, gibt es normalerweise immer nur wertschätzendes Feedback, dass man das gemacht hat. Egal, was der Inhalt von der Live-Session war und wie viel man gestottert hat oder was auch immer. Ja, ich glaube, das ist auch das, was die Zuhörer oder Zuschauer dann, wie du sagst, wertschätzen, dass man sich selbst das vielleicht nicht so sehr traut und der andere es getan hat. Ja, das ist dann die Anerkennung oder Respekt, die man dann... Genau, weil wenn du guckst, wie viele Freunde hast du auf Facebook und wie viele Verteiler hast du auf Facebook und wie wenige trauen sich überhaupt mal was zu kommentieren oder am Ende noch einen Post selber zu schreiben zu einem Thema, der jetzt nicht gerade ein Katzenvideo als Inhalt hat. Es gibt so wenige, die sich trauen, dann mal Stellung zu beziehen zu bestimmten Themen und die sich leider zu viel trauen, Stellung zu beziehen. Das sind dann halt so politischen Themen, wo man sagt, okay, der wäre mal lieber ruhig gewesen auf Facebook. Das ist natürlich dann die andere Seite. Also gemeckert wird natürlich auch immer gern, aber ich habe jetzt auch viel, weil ich mich in Facebook auch sehr viel bewege, sehr viel, sage ich mal, bereinigt an Freundeslisten oder an Leuten, die ich abonniere, um zu gucken, was will ich mir hier antun an Meldungen und wen will ich hier drin haben, dass das halt möglichst viel Positives nicht zuletzt ist. Ja, ja. Warum war es dir dann am Ende so wichtig, dass du als Persönlichkeit die Marke bist? Also, dass du dir keinen fiktiven Brand ausgedacht hast oder irgendeinen Markennamen erfunden hast, sondern dass du wirklich mit deinem Namen, deinem Gesicht für dein Business stehst? Ja, ich war auch ein langer Lernprozess. Also, ich lerne sehr viel über Audio sozusagen. Also, ich habe sehr viele Podcasts abonniert, die ich schon seit 2007, 2008 oder was höre, die mich auch auf die Ideen gebracht haben, zu sagen, okay, das Alleinstellungsmerkmal ist für mich jetzt nicht, dass ich Leuten zeige, wie sie auf Facebook ein Live-Video machen oder wie sie eine Software benutzen, sondern das Alleinstellungsmerkmal ist die Art und Weise, wie ich unterwegs bin, mit welchem Wissen ich daherkomme und wie ich das mit meiner Person auch präsentiere, weil das Wissen, was ich habe, können natürlich andere genauso transportieren. Aber wie ich das mache und in welcher Art, ob ich das jetzt hier besonders so verkäuferisch anpreise oder ob ich das eben, was eher meine Art ist, ein bisschen zurückhaltend nach draußen transportiere, das macht halt viel aus. Und dieses Alleinstellungsmerkmal kriegst du halt nur, wenn du authentisch nach draußen gehst und wenn du so nach draußen gehst, wie du bist und nicht, wenn du versuchst, eine bestimmte Rolle zu spielen, die dir auf Social Media und sowas ganz schnell mal um die Ohren fliegen kann, wenn die Leute merken, das ist ja alles nur aufgesetzt. Das finde ich übrigens sehr cool, dass du von der Alleinstellung und damit ganz klar deine Persönlichkeit meinst, weil das, was ja oftmals gesucht wird von Leuten händeringend, wo ist die Marktlücke, was kann ich erzählen, was vielleicht andere noch nicht erzählen können, aber die Art und Weise, wirklich die Authentizität in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, so positioniere ich mich als Marke mit meinem Namen, mit meiner Persönlichkeit authentisch zu sein. Das finde ich sehr cool, ja. Ja, das ist das Beste, das ist das Fund, was du hast. Wenn du gerade als Selbstständiger unterwegs bist, kannst du nicht gegen Coca-Cola oder Apple oder was oder gegen irgendwelche, wenn Google dann meint, irgendeine besondere Dienstleistung rauszubringen und jeder kann sich die Webseiten selber basteln. Dagegen kannst du in der Form nicht anstinken. Du kannst nur damit dagegen, also für dich, dich nach draußen präsentieren, indem du das nimmst, was so eine große Firma eben nicht kann. Zum einen schnell reagieren und zum anderen eben mit dir selber rausgehen und das ist nicht ersetzbar. Das kann dir keiner absprechen. Ja, absolut. Wie hat das bei dir angefangen? Was waren so die ersten Gehversuche oder Schritte, so um dein Image aufzubauen oder um dich als Marke aufzubauen? Hast du mit einem Blog angefangen oder was war so dein nächstes Tool? Genau, das war ein Blog. Da ging es aber wirklich darum zu sagen, okay, ich blogge jetzt einfach mal und ich weiß noch gar nicht, wofür das jetzt gut sein soll. Ich habe mir auch eine sehr unsinnige Zielgruppe damals ausgedacht. Ich wollte Leuten Technik erklären, die in mittelständischen Unternehmen sitzen, die dann so in der Marketingabteilung meistens so die eierlegende Wollmilchsau sein müssen, weil sie eine Messe organisieren müssen, mit Facebook umgehen können müssen, die Webseite pflegen können müssen und so weiter von allem etwas können. und die wollte ich eigentlich aufklären, wie das funktioniert und wie sie das machen. Ist natürlich eine unsinnige Zielgruppe, an denen dann was zu verkaufen, weil die kaufen ja nicht. Das hat sich dann im Laufe der Zeit, aber eben auch wieder nur dadurch, habe ich gemerkt, an wen ich eigentlich abhole damit. Das waren dann so die typische Zielgruppe, Trainer, Coaches, Berater, von mir aus auch Therapeuten und so weiter. Also alle Leute, die selbstständig eben sind und die selber vorrangig die Leistung erbringen, wenn auch mit Angestellten oder sowas, aber die einfach selber vorne stehen. Und die habe ich, das habe ich in Kommentaren gemerkt, das habe ich daran gemerkt, wer mir da eigentlich folgt, dass ich die anscheinend abhole. Und auf die habe ich mich dann natürlich im Laufe der Zeit eingeschossen. Das hätte ich aber nie erfahren, wenn ich mir die ganze Zeit nur überlegt hätte, für wen mache ich jetzt was. Das habe ich erst dadurch erfahren, dass ich geguckt habe, okay, wer reagiert da? Dann googelt man mal jemanden, der das kommentiert hat und sieht, okay, der hat so und so eine Firma, alles klar, und kann einschätzen, für wen ich da geschrieben habe und wen das abgeholt hat. Also richtiges Profiling eigentlich, was du so für dich da machst. Ja, aber sehr unbewusst. Das war einfach so ein Prozess, wo ich jetzt nicht wusste, was dann da jetzt draus wird. Den Blog habe ich ja, wie gesagt, auch dann einfach nur so angefangen, um zu gucken, um einfach mal zu bloggen, weil jeder sagt, okay, bloggen, da kannst du eine Menge machen, wie sich das anfühlt und wie cool das ist, wenn Leute dann kommentieren und dann wertvolle Diskussionen auch entstehen und man auch nicht zuletzt als Mensch dann auch geschätzt wird, weil man dann auch guckt, okay, wenn der Frank Katzer dann das gut findet oder das doof findet, dann hänge ich mich da so ein bisschen dran, dann muss ich mir die Sachen nicht selber angucken. Also du wirst eben, klar, zur Marke, zum Label, wo du sagst, okay, wenn der was liefert, ist das normalerweise ganz gut und hilft mir und ich verstehe ihn, wenn er was erzählt. Anderen wiederum, die sagen, weiß ich nicht, der Katze ist mir zu langsam oder zu leise und das dauert alles zu lang oder keine Ahnung. Und dann passt es halt nicht. Das ist ja die Gegenseite, mit der man dann klarkommen muss, dass wenn man authentisch nach draußen geht, dass es genug Leute gibt, die sagen, das ist nicht mein Typ, ich brauche jemanden, der mir das anders erklärt, das ist nicht mein Ding, dem kann ich nicht zuhören oder verstehe ich nicht. Die suchen sich dann halt andere aus, aber umso mehr kannst du da halt dann ja die richtigen Leute erreichen und die falschen stößt da ab, die dann halt woanders unterkommen, weil es da besser passt. Ja, ja. Was sind so deine Tipps, um den Blog, den man vielleicht sich aufbaut, dann überhaupt sichtbar oder bekannter zu machen? Das Hauptding ist natürlich erstmal was zu schreiben, was dich selber interessiert und was möglicherweise dann auch andere interessiert. Wenn man jetzt so aus einem Angestelltenverhältnis rausdenkt, sind es ja auch Themen, die man entweder als Hobby oder so als Nebenprodukt von dem, was man arbeitet, je nachdem, über was man da schreiben darf, wo man da natürlich Dinge in den Blog packen kann, also alles, was einen beschäftigt und sich einfach traut, mit Sichtweisen und mit ein bisschen tiefer gehenden Dingen nach draußen zu gehen und nicht versucht jetzt, weil es gerade in ist, den nächsten Blog zur Lebenshilfe oder zum Raus aus dem Hamsterrad oder sowas zu machen, nur weil es alle anderen machen. Wenn das natürlich das eigene Thema ist und man dann wirklich auch in die Tiefe gehen kann, weil das einem am Herzen liegt, dann ist doch der zehntausendste Blog zum Thema Raus aus dem Hamsterrad in Ordnung. Aber das, also das wäre für mich das Erste, wirklich Inhalte raushauen und auch erstmal damit rechnen, dass anfänglich nicht viel passiert oder gar nichts passiert. Es ist dann immer lustig, wenn in Facebook-Gruppen gesagt wird, so ich habe jetzt seit vier Wochen einen Blog und es reagiert immer noch keiner, wo man dann denkt, okay, wenn man sich so ein, ja so Amerika-Michael Hyatt oder was anguckt, der Monat, so wenn ich jahrelang gebloggt habe und es hat niemanden interessiert, obwohl der so aus dem Publishing kommt und was das jetzt für eine Nummer ist, weil er dran geblieben ist, ist das halt schon krass. Man wird halt auch nur besser und natürlich auch nur sichtbar, wenn man was Gewisses nach draußen liefert. Wenn der Blog an sich es nicht ist, dann kann man natürlich auch gucken, okay, packe ich mich vielleicht mal ein paar Videos rein, gehe ich mal sowas wie ein Podcast an oder tue ein paar Audios auf Soundcloud oder was jetzt natürlich auch eine schöne Reihenfolge ist, zu sagen, okay, ich habe von dem allen Zeug noch nichts, ich mache erst mal auf Facebook und gucke mal, was passiert und wen ich damit erreiche und auch wenn mein Thema noch nicht so klar ist, gucke ich einfach mal, was passiert, wenn ich mit meinen Tipps rausgehe. Aber das Wichtige ist eben wirklich immer in Vorleistung gehen und selber Tipps liefern und nicht gleich versuchen, aufbiegen und brechen, weiß ich nicht, einen Verteiler aufzubauen oder irgendwas, sondern erst mal auf Vorleistung gehen, erst mal rausgehen und erst mal zeigen, dass man das Thema kann, was man da nach draußen tragen möchte. Ich glaube, das ist auch wichtig, also wirklich das Thema zu nehmen, wofür man eben selber eine Begeisterung hegt, wenn nicht sogar eine Leidenschaft und sich nicht irgendwas auszudenken, nur um irgendwie online zu sein. Genau, das siehst du jetzt halt viel, denke ich mal, also auch so Blogs von, ja, von auch teilweise Jüngeren, die dann mir das Leben erklären wollen und wo du merkst, okay, der Stephen Covey wird jetzt hier wieder zum hunderttausendsten Mal zitiert, aber derjenige hat einfach die Erfahrung selber noch gar nicht gemacht, wo ich sage, der macht das jetzt, weil man jetzt Blogs oder einen YouTube-Channel macht, um da ein bisschen Geld mit zu verdienen oder sich aufzubauen, aber das ist eigentlich noch nicht so sein Thema. Da gibt es natürlich viele, die da wenig authentisch und wenig glaubwürdig unterwegs sind. Das kann auch funktionieren, kann auch Leute inspirieren, aber wäre jetzt nicht so mein Ding, wonach ich gucken würde. Ich möchte, dass die Leute selber das durchgemacht haben und mir was erzählen können aufgrund ihrer Lebenserfahrung und ich aufgrund, weil sie ein Buch gelesen haben. Absolut, ja. Das Thema Vertrauen, auch in Marken, finde ich auch ein extrem wichtiges Thema. Ja, das stimmt. Was ist denn so deine wichtigste Botschaft, die du in die Welt hinaustragen möchtest? Also das Wichtigste ist eigentlich, was ja so die Überschrift von der Sichtbarkeit ist, sich zu trauen, mit dem, wie man ist, nach draußen zu gehen. Anzunehmen, dass das nicht perfekt ist, wie man nach draußen geht, dass man es aber auch nicht zu sehr glatt bügeln sollte, weil dann interessiert es wieder niemanden. Dann hat man nämlich eigentlich wieder nichts zu sagen. Also wirklich sich zu trauen, diese Hürde mal zu nehmen, zu sagen, okay, jetzt poste ich mal was von mir auf Facebook, jetzt schreibe ich mal einen persönlichen Blogartikel, jetzt stelle ich mich mal vor die Kamera und tue es mal auf YouTube, auch wenn ich dann nach drei Wochen erst drei Views habe. Das ist egal, das gehört dann erst mal dazu, um das aufzubauen. Aber ich habe es gemacht. Ich bin über diese Hürde drüber. Ich merke selber, wie es bei Coaches jetzt bei mir ist, die ich berate, die sich dann das erste Mal vor die Kamera getraut haben, wo du merkst, okay, die tauen langsam auf und jedes Video wird ein bisschen authentischer und jedes Video wird ein bisschen echter und bei dem Video kriege ich immer mehr mit, wie derjenige eigentlich tickt. Und man kann natürlich auch eine ganz andere Verbindung aufnehmen, als wenn jetzt versucht, jemand dann Hochglanz-Video zu liefern. und das ist eigentlich so, dass es wichtig ist, dass man über diese Hürde drüber kommt, sich zu trauen, sich selber darzustellen. Das geht ja nicht nur um Online, es geht nicht nur um Marketing, es ist auch ein Riesenschritt in der Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, weil man sich auch eher Gedanken macht, wo will ich eigentlich hin, was ist eigentlich mein Zweck und wenn du natürlich da übers Internet nach draußen gehst und darüber Leute inspirierst, auch selber ihre Sachen, die sie sich schon lange vorgestellt haben, vielleicht mal nach draußen zu tragen und sich auszutauschen und mal so ein bisschen aus dieser Mittelmäßigkeit rauszukommen, das ist enorm. Also das ist eigentlich das, worum es im Leben ja auch geht, weil du willst ja dein eigenes Ding machen und wenn das natürlich anderen Leuten hilft, ist das natürlich grandios. Du hast sowas wirklich aus meiner persönlichen Perspektive Wichtiges gesagt, egal ob es ein Blog, ein Podcast oder ein YouTube-Channel oder auch auf Facebook ist, es ist tatsächlich eine Selbstreflexion, so habe ich es auch für mich wahrgenommen, wirklich zu schauen, wie kannst du einen Beitrag für die Leute da draußen, die sich für dein Thema interessieren, leisten, wie kannst du wirklich Werte entwickeln, die Nutzen bringen. Das ist für mich auch noch so die Urform des Unternehmertums, auch wenn es nicht von allen gelebt wird, finde ich das extrem wichtig, diese Werte zu produzieren für eine Gemeinschaft. Ich denke mal, wenn du ein Produkt hast, wo du dahinter stehst, was du gerne machst und was du auch selber gut findest, dann entwickelt sich das beziehungsweise ist das automatisch da, weil du den Leuten nicht irgendeinen Schrott verkaufen willst, weil die Marge da am höchsten ist, sondern weil du ein gutes Produkt einfach liefern möchtest, dann ist, dann sag ich mal, brauchst du jemanden, der dich vielleicht anschubsen muss, der dann aber deine Unternehmerwerte mal nach draußen kehren kann, um zu zeigen, dass du auch einen Anspruch hast in das Produkt und nicht einfach den Markt überfluten willst mit irgendwelchem Plastikschrott oder irgendwelchen Leistungen, die eigentlich niemand braucht, die gerade nur verkauft werden, weil es gerade hip ist. Da muss man sich einfach nur trauen, den eigenen Anspruch nach draußen zu bringen. Absolut. Wir haben es vorhin so beiläufig erwähnt, dass das Thema Sichtbarkeit, Online-Sichtbarkeit für, also nicht nur für Unternehmer, Selbstständige interessant ist, sondern auch für Angestellte. Ich habe letztens einen Artikel gelesen zum Thema digitaler Fußabdruck, also dass schon auch in der Personalauswahl wichtig ist, was über denjenigen bei Google gefunden werden kann oder auch bei Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken. vielleicht so mal aus deiner Perspektive, aus deiner Sicht, warum soll ich mir als Angestellter die Mühe machen, meine Sichtbarkeit überhaupt herzustellen, wenn ich keine habe oder auch um zu verbessern, dass ich mir genau überlege, was ich da online überhaupt publische beziehungsweise wirklich einen Expertenstatus aufzubauen oder eine Expertise sichtbar zu machen. Ja, also ich denke mal, der eine Punkt ist natürlich, dass man so eine gewisse, ja, eine gewisse Unabhängigkeit sich ein bisschen aufbauen kann von dem Job, den man gerade hat, wo man sagt, okay, ich bin auch schon, wenn mich jemand googelt, dann findet der, dann sieht der, dass ich mich mit meinem Thema auskenne, dass ich dann schon, obwohl ich irgendwo angestellt bin, auch Experte zu einem Thema bin und das auch mein Thema ist, dann muss ich in der Bewerbung nicht viel sagen, dass ich meine Leidenschaft da in dem Thema habe, wofür man sich bewirbt, sondern das kann man auch ja googeln. Ich möchte nicht wissen, wie viel da schon von Personalabteilung mittlerweile vorab geschaut wird. Ich hätte auch damals bei einem Praktikanten zum Beispiel, hätte ich den vorher gegoogelt, hätte ich das Praktikum nicht stattfinden lassen, sagen wir es mal so. Da muss man sich natürlich auch immer ein bisschen gewahr sein, aber du hast halt zum einen diese Möglichkeit, dass du dich selber eben nebenbei als Marke aufbauen kannst, auch wenn daraus jetzt keine Selbstständigkeit werden muss. Zum anderen das Thema, was wir eben gesagt haben, das ist natürlich für deine Person, um sich mit auch nochmal anderer Ebene auf mit deinem Thema zu beschäftigen, als jetzt nur in dem Job, nur in der Firma. Die Möglichkeit gibt, dich da auch selber noch weiterzuentwickeln. Das finde ich sind einfach so, ja, du tust ja auch was für dich selber. Das geht ja nicht nur darum, dich selber zu vermarkten, sondern es geht auch darum, das nach draußen zu tragen, was dir was wert ist. Und das ist halt online einfach super möglich, weil das einfach sehr billig ist und du darüber auch sehr viele Leute erreichen kannst und auch viele, was ja jetzt erst durch das lustig genannte Web 2.0 und so weiter möglich ist, sagt man, glaube ich, gar nicht mehr. Früher gab es ja diese Rückkanäle nicht. Da hast du eine Webseite gehabt und da konntest du nichts kommentieren. Da hast du keine sozialen Netzwerke gehabt oder sowas. Und dadurch, dass du jetzt halt mit irgendeiner Idee online gehen kannst und dann Feedback von Leuten kommt, kannst du natürlich dein Thema auch nebenbei nochmal ganz anders weiterentwickeln, als es jetzt so diese Einweg-Kommunikation halt möglich wäre. Ja, absolut. Wie schätzt du das Thema Podcast ein? Es ist ja in Deutschland wahrscheinlich ein junges Medium, in Amerika ist das ja eine ganz andere Nummer, aber sind das jetzt gerade so die Anfänge, die schon seit einigen Jahren ja schon doch am Entstehen sind? und wie wertvoll ist dieses Format vielleicht für jemanden, der jetzt vielleicht nicht schreiben kann? Wenn ich einen Blog betreibe, dann muss ich ja in irgendeiner Form Texte verfassen können und das auch wollen. Vielleicht ist ja auch das Thema Ton, Audio ein Thema. Ja, ich finde es besonders spannend, wie so jetzt die Entwicklung ist. Ich habe immer ein bisschen meine Schwierigkeiten, wenn so Umfragen gemacht werden, wie was Bestimmtes angenommen wird oder wie sich etwas entwickelt, weil da ja auch viel Schwu gemacht wird bei der Art, wie was recherchiert oder zusammengestellt wird. Also ich würde dem Thema schon, würde hoffen, dass das mehr wird. Ich gehe davon aus, dass das noch massiv steigerungsfähig ist. Es wird immer eine bestimmte Nische, denke ich mal, bleiben. Gegenüber Radio, gegenüber anderen Tonkonserven dann auch noch. Aber es hat eine ganz, also für mich ist das, für mich ist das ganz klar das hochwertigste Medium, was ich mir online antun kann. Also selbst Videos kommen für mich nicht annähernd da dran, was ich über Podcasts gelernt habe und wie ich über Podcasts Perspektiven geändert habe oder andere Dinge gesehen habe, die ich vorher nicht kapiert habe oder nicht wahrgenommen habe. Weil du, ich finde Podcast ist da wirklich das intensivste Medium, weil zum einen, wie wir jetzt hier, wir sprechen über persönliche Dinge, wir sprechen über andere Dinge, als man es jetzt in ein Video packen würde, was zwangsläufig gleich wieder eine gestelltere Situation ist. Weil du vielleicht ein bisschen mehr noch durchkonzipiert und weiß ich nicht. Mehr auf Hochglanz halt und mehr auf Argumentation oder so. In einem Podcast quatscht man auch mal ein bisschen mehr über ein Thema, kriegt zwangsläufig auch mal mehr über die Personen, die da drin sich präsentieren, mit. Und ich konsumiere es meistens auch in anderen Situationen, als wenn ich mich jetzt mit einem Video an Rechner setze und jetzt mir ein Video anschaue von jemandem oder auf der Couch mit einem Laptop oder mit einem iPhone oder was auch immer. So einen Podcast konsumierst du meistens in entspannteren Situationen, finde ich. Also ich mache das viel, wenn ich entweder mit dem Auto fahre oder mit dem Hund draußen bin oder sowas. Also zwischendurch. Und da bin ich einfach anders aufnahmefähig, als wenn ich mir jetzt gezielt und gezwungen ein Video am Bildschirm angucke. Und du nimmst das teilweise klar auch ein bisschen nebenher dann mit, nebenbei auf und nicht so ganz gezielt. Aber ich finde, das wirkt durch das Format und dadurch, dass die Leute auch andere Dinge erzählen, ganz anders als als Video oder als Text zwangsläufig. Also für mich ist das das Medium schlechthin, ganz klar. Also von dem, was ich da konsumiere und wie viele hunderte von Stunden da schon weggegangen sind, dass es, ich lese auch fast keine Blogartikel, wenn dann entweder lasse ich sie mir von Mac vorlesen, weil ich mag nicht so lange Texte am Bildschirm lesen oder ich habe wirklich Podcasts ohne Ende von den Leuten, die mir wichtig sind. Was ja auch ein perfektes Format ist, einfach um sich als Persönlichkeit, sich selbst als Marke zu positionieren, weil ich einfach auch die Emotionen transportieren kann. Also man hört ja in der Stimme, wie ist derjenige drauf? Ist das ein nettes Miteinander? Ist er vielleicht aufgeregt oder so? Oder fällt hinter ihm im Bücherregal ein Buch um oder so? Ja, es ist persönlicher. Es ist wirklich so das Persönlichste, finde ich, und eben zwangsläufig nicht so gestellt wie eine Videoaufnahme, bei der man sich für viele Sachen mehr Mühe gibt. Das ist eine persönlichere, finde ich auch authentischere Sache. Also man kriegt mindestens so gut wie in einem Video mit, wie derjenige tickt. Absolut. Man konzentriert sich viel mehr auf die Stimme. Ja, absolut. Und braucht keine Frisur bauen. Muss er im Video halt machen. Auch das. Eine spannende Frage, die ich immer wieder auch meinen Interviewgästen stelle, ist, wie triffst du Entscheidungen? Was hilft dir dabei? Also nachdenken ist es meistens nicht, was mir dabei hilft. Oftmals sind es so Sachen, wo ich bestimmte Dinge einfach mache, ohne zu wissen, wie ich das dann jetzt eigentlich mache und ob ich das überhaupt rechtzeitig hinkriege. Und also Termine zu setzen, also mich selber ins kalte Wasser zu schmeißen. Das war ähnlich, wie ich meine Agentur 2013 so aufgelöst habe, wo ich auch dem Azuri und gut, der war dann mit der Lehre fertig und dem Mitarbeiter gekündigt habe. Der hat dann im Prinzip aber seinen Arbeitsplatz mitgenommen sozusagen und konnte viele Kunden weiter betreuen. Ist also da nicht ins Nichts gefallen, was mir sehr wichtig war. Aber ich habe mich da schon selber vor die Entwicklung gestellt. Also ich habe selber gesagt, okay, ich höre jetzt auf. Ich habe aber noch keine Ahnung, wie es danach dann so richtig in der Form dann wieder weitergeht oder so oder wie das weitergeht. Das sind meistens so Sachen, wo ich einfach eine Entscheidung fälle, wo auch immer das dann so richtig herkommt. Aber meistens sehr, ich bin da sehr ungeplant bei sowas und sehr, was natürlich auch dann man durchaus für chaotische Sachen sorgt. Aber ich habe nicht so den Entscheidungsprozess, wo ich sage, jetzt wiege ich das ab gegen das. Wenn du das heute machst in vielen Bereichen, wirst du mir schugge. Also das ist einfach, weil du für alles, was du hast, tausende von Meinungen zusammen sammelst. Du musst dich entweder an Leute dranhängen, wo du sagst, das finde ich gut, was der macht. Und wenn der das in der Form macht, dann kann ich das vielleicht auch, weil ich generell den gut finde. Ansonsten bist du hoffnungslos verloren. Deswegen finde ich so Marken wichtig, denen man ein bisschen folgen kann, wo man sich dranhängen kann, um nicht alles selber abwägen zu müssen, weil dann das ist einfach zu viel, was heute da ist. Das ist das größte Problem, das einfach alles möglich ist und ohne Begrenzung bist du gelähmt und kommst keinen Schritt vorwärts. Und das sind meistens einfach Entscheidungen, die gefällt werden, damit sie gefällt werden. Was auch immer, also da wird nicht groß abgewogen. Ich finde, das kann man in vielen Bereichen heute einfach nicht. Es fängt damit an, mit so banalen Sachen, welches Newsletter-System nehme ich oder so ganz banale Sachen, wo du auch wieder von Hundertsten aufs Tausendste kommst. Dann kannst du fünf Jahre suchen. Das Nächste ist dann das Nächste, welches Theme, Welche Gestaltung nehme ich für einen Blog? Da kannst du Jahre mit verbringen. Du musst einfach irgendwas nehmen und damit loslaufen und dann im Laufe der Zeit deine Entscheidung verändern und korrigieren. Anders geht es nicht. Das finde ich auch übrigens so wertvoll bei dir, dass ich weiß, ich habe durch dich eigentlich einen super Filter. Also ich brauche mich eben jetzt nicht um 25 Newsletter-Systeme kümmern. Und wenn ich dir dann folge in deinen Webinaren und dergleichen, dann habe ich im Grunde in sehr kurzer Zeit wirklich so ein super Wissen, dass ich einfach loslegen kann. Das finde ich sehr cool. Das hat für mich einen enormen Wert. Vor allem auf deine Art und Weise, wie du es machst. Also da bin ich halt einfach im Fernsehen. Ja, cool. Das höre ich natürlich sehr gerne. Das geht runter wie Öl. Also du musst ja so ein bisschen auch, also ich sage auch bei Sachen, die ich doof finde, aber auch normalerweise auch, aus welchen Gründen ich was doof finde. Und da muss man natürlich gucken, passt das zu dem Status, wo derjenige gerade ist, der zuhört oder der da gerade im Webinar mitmacht oder sowas. Aber ja, da halte ich halt mit meiner Meinung nicht vor einen Berg und bin dann nicht immer sehr diplomatisch. weil sonst ist wieder alles gleich toll und gleich schön und dann kann ich niemandem helfen, eine Entscheidung zu fällen. Ja, das ist wieder, sind wir wieder beim Thema Authentizität. Das bist halt einfach du. Das finde ich cool. Ja. Gibt es gerade ein Projekt, für das du ganz besonders brennst, wo du mit Leidenschaft dran bist, das vielleicht gerade auf den Weg zu bringen? Das sind mehrere Sachen. Also ich, auch wenn ich das jetzt schon länger mache, ich merke so, dass bei mir der Schalter vom Dienstleister Richtung jemandem, der Produkte erstellt, so Schulungsprodukte oder Webinare oder sowas, so erst so langsam umgelegt ist. Und was ich immer mehr merke, wenn man dann wirklich mal solche Produkte anbietet, was ich jetzt schon seit Ewigkeiten plane, macht das richtig Spaß und du kriegst ein ganz anderes Gefühl dafür, was dann eigentlich dabei passiert. Also es sind viele Sachen, wo ich erst denke vorher, ich weiß schon, alles klar, dann machst du halt hier, machst du eine Landingpage und sowas, verdienst da das Geld und hast dann hier drei Paketchen, die du dann verkaufen kannst zu dem Kurs. Wenn es dann erstmal wirklich passiert und wenn du es erstmal wirklich machst, fühlt sich das dann gleich wieder ganz anders an. Also im Moment bin ich ja an diesem Facebook-Gruppenkurs, wo eben heute, der startet jetzt aber schon 7. November dann. Das ist jetzt sehr, sehr, schon sehr kurzfristig. Der wird dann demnächst aber nochmal häufiger starten. Das weiß ich noch nicht, in welchem Zyklus. Aber das macht dann schon sehr Spaß, so ein Produkt auf die Beine zu stellen, wo sich die Leute dran langhangeln können, um dann ihre eigene Facebook-Gruppe halt gut zu gestalten, gut zu starten, zu wissen, was man nicht machen sollte, die Fettnäpfchen ein bisschen auszulassen und sowas, wirklich das eigene Wissen mal in solche Tutorials zu gießen. Und ich hatte zwar schon Kurse gemacht bisher, aber jetzt noch nie so einen 100% eigenen Kurs. Das macht dann schon viel Spaß. Das ist auch generell diese Tutorial-Webinare, die ich ab und zu anbiete, jetzt demnächst auch wieder mehr, wo ich einfach in Stunde, anderthalb für jemanden ein Thema abhake, wo ich weiß, die meisten Leute wissen da gar nicht, was sie tun und haben aber dann ganz andere Möglichkeiten, wenn sie das mal in dieser Stunde sich drangesetzt haben und dann verstehen, was sie da eigentlich machen, ob das dann Suchmaschinenoptimierung ist oder solche Sachen, wo man einfach so das nötige Wissen vermittelt. Und Webinare sind mir da ganz besonders wichtig, weil du einen Termin hast und zu dem Termin wird das Thema durchgenommen, weil das Problem ist ja, die Leute, ich zähle dich auch dazu, du häufst ja mal Wissen an, kaufst hier einen Kurs, da einen Kurs, weil er vielleicht gerade günstig ist oder demnächst startet, aber wirklich dabei sind die wenigsten. Und wenn du einen Termin vorgibst bei sowas und ich hake dann auch manchmal nach, ob man es denn umgesetzt hat und sowas, das habe ich schon eine bessere Erfolgsquote und das ist mir da sehr viel wert und das macht auch Spaß dann zu merken, die Leute nutzen das und die bringen es dann auch vorwärts. Das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, nicht nur konsumieren die ganze Zeit, sondern vor allen Dingen auch ins Handeln kommen, also wirklich das umzusetzen, was ich dort lerne oder gesehen habe. Superschnell, also du musst dich heutzutage immer mehr noch mit Händen und Füßen gegen alles wehren, was von außen kommt, weil du einfach sonst hoffnungslos untergehst und nur noch konsumierst und nur noch kaufst und denkst, okay, nächstes Jahr starte ich und Bußekuchen, dann kaufst du noch drei Kurse, weil du denkst, du musst jetzt das noch lernen. Es ist ja in anderen Bereichen nicht anders. Die Coaches, die dann immer ihre diversen Schulungen mitmachen und ihre diversen Dinge dazulernen, um dann endlich mal was Richtiges anbieten zu können und so weiter. Das ist ja auch so ein Markt, der sehr viel von Weiterbildung und so weiter lebt, anstatt dass die Leute auf die Straße gehen und ihre Leistungen anbieten und Leuten wirklich konkret helfen und sich trauen, damit rauszugehen und Leute voranzubringen. Ja, absolut. Welchen Rat würdest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, wenn sie als Persönlichkeit sichtbar werden wollen, online? Ich denke mal, das Wichtigste ist, die Dinge zu tun, von denen man auch erstmal nicht weiß, was das sein soll und ob das überhaupt was bringt. Sich da nicht die Gedanken zu machen. Also wirklich mit Sachen, wenn man sagt, okay, ich drehe ein Video, ich habe noch keine Ahnung, wofür das jetzt gut sein soll oder ich starte einen Blog und habe noch keine Idee, wo das hinlaufen soll. Aber solche Sachen einfach anzufangen, weil der schöne Spruch ist, es ändert sich nichts, wenn man nichts ändert. Das greift natürlich auch hier und da sind viele Sachen dabei, wo man nicht weiß, was soll das jetzt bringen und wen soll das interessieren, wenn ich überlege, bei wie vielen Blogartikeln oder Posts oder auch jetzt beim Podcast, bei Folgen, wo ich immer denke, interessiert das jetzt überhaupt jemanden, wenn ich das jetzt veröffentliche mit meinen zwölf Online-Gesetzen für Selbstständige oder sowas. Ist der Titel nicht so doof oder lasse ich das lieber, weil es eh banal ist, was da drin ist, was ich da gesagt habe. Aber ich veröffentliche dann trotzdem und dann kriegst du eine tolle Rückmeldung von Leuten, hey, das ist genau das, da sind super Punkte dabei, wo ich mich endlich, da weiß ich, okay, es geht anderen genauso, wo du dann merkst, okay, es funktioniert, auch wenn ich es selber am Anfang erst mal doof fand oder irrelevant oder banal oder völlig unwichtig. Du bringst die Sachen nach draußen. Es gab ja einen Grund, warum man es aufgenommen hat oder warum man das Thema sich überhaupt mit beschäftigt und dann kriegst du einfach tolle Reaktionen mit. Den Schritt zu machen, das ist einfach super wichtig. Wenn du dir bei allen Sachen, es gab so einen schönen Spruch, den habe ich jetzt bei den Amis wieder irgendwo gehört im Podcast, wenn man sich, wenn man zurückblickt bei den Sachen, die man früher gemacht hat, wenn man sich nicht schämt für das, was man früher veröffentlicht hat, hat man zu lange gewartet. Das finde ich ein sehr, sehr cooles Zitat, weil einfach die ersten Sachen, die man macht, sind nicht so toll. Da sind Videos, wo man da ein bisschen rumstottert oder unsicher ist vor der Kamera oder Audios, wo man zu viel S und Mhs sagt und das ist dann halt so. Aber raus damit, weil nur so kannst du dich entwickeln. Ja, und du siehst die Entwicklung, das ist ja das Schöne. Rückblickend siehst du ja, wo du heute bist. Super cool. Die zwölf Online-Gesetze verlinken wir natürlich in den Shownotes. Finde ich nämlich auch sehr cool. Danke. Frank, lass uns eine kleine Quick Q&A-Session machen. Ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest einfach aus dem Bauch raus. Gerne. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich als Marke zu positionieren? Der Gedanke, das interessiert keinen. Jetzt eine Frage, die ich selber sehr cool finde. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Sichtbarkeit hoffentlich. Absolut. Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Klassisch, Geburt vom Sohn 2010, ganz klar. Da machst du dir über ganz andere Sachen aufgedanken, wirklich massiv da einfließen. Das ist schon so ein Ding. Ansonsten viele kleine andere, viele kleine. Das sind immer so kleine Dinge da. Ich bin ja nicht so der Euphorische, aber so viele kleine Momente, wo es Klick gemacht hat, wo du merkst, ich habe wieder eine Sache verstanden. Ja, kann ich super nachvollziehen. Ich bin vor 13 Monaten Papa geworden. Wow, Glückwunsch. Wow. Okay, cool. Ich weiß, wovon du sprichst. Also zumindest im ersten Lebensjahr. Ja, der ist jetzt sechs, aber das ist der Hammer. Also es macht immer Spaß. Schön. Jetzt kommt eine Frage, die absolut dein Thema ist. Kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, welches du selbst einsetzt? Ja gut, im Prinzip bin ich nur an Facebook und das ist jetzt natürlich ein uninteressanter Tipp vom Ding her. Ich nutze aber auch sehr gerne, weil ich merke, dass ich mich besser konzentrieren kann, wenn ich Kopfhörer aufziehe und mir irgendwelche Umweltgeräusche auf die Ohren gebe. Da gibt es eine Adresse, jetzt muss ich mal gucken, dass mir die einfällt, wo solche Geräusche geliefert werden über so eine Plattform und witzigerweise haben die parallel jetzt auch so ein Schreibtool entwickelt. Ich komme noch gerade nicht auf den Namen, aber für die Shownotes habe ich es dann. Aber auf den Namen komme ich gerade nicht. Das ist sehr cool. Also das hilft mir. Mir hilft sowieso, wenn ich Kopfhörer aufziehe, auch wenn da nichts zu hören ist oder irgendwas, dann bin ich im Arbeitsmodus und ansonsten schweife ich eher ab. Ansonsten habe ich nicht so die, ich bin viel, dass ich wirklich selber die Plattform direkt nutze und weniger so Tools nehme. Vielleicht noch eine Zwischenfrage. Ist Facebook für dich so die Plattform, weil du es so für dich ausgesucht hast oder sagst du, das ist einfach die, weiß ich nicht, wo jeder jeden Tag mal drauf geht. Wenn ich mir Xing anschaue oder LinkedIn, dann gucken die Leute vielleicht einmal die Woche, die Frequenz ist vielleicht höher bei Facebook oder was ist so deine? Ja, für mich super spannend, weil ich im Prinzip alles, was ich, auch jetzt Mastermind-Gruppe und so weiter, ist über Facebook organisiert. Also im Prinzip, das ist hart zu sagen, aber das digitale Leben findet bei mir eigentlich vorrangig auf Facebook statt. Alles andere sind so ein bisschen Lebensschauplätze. Meine Vermarktung findet darüber statt. Ich verkaufe darüber Dinge. Ich zeige mich dort als Experte. Die Abhängigkeit von der Plattform ist natürlich dann entsprechend hoch, aber ich bewege mich auch auf Twitter, habe da auch meine Leute und auch meine Verteiler, aber nicht annähernd in der Größe, wie es jetzt auf Facebook im Moment der Status ist. Auch jetzt E-Mail-Liste und so weiter ist sehr überschaubar, aber das ist schon, mein digitaler Hub ist wirklich Facebook. Wenn die von heute auf morgen zu machen würden, hätte ich schon ein Problem, ganz klar. Na gut, die haben eine gewisse Größe, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Ich gehe auch von aus. Ich gehe von aus. Aber ist es auch so ein Tipp von dir, wo du sagst, wenn Social Media oder ein soziales Netzwerk überhaupt, dann konzentriere dich auf eins? Erstmal auf jeden Fall. Wie du jetzt auch ja gesagt hast, die Leute sind einfach jeden Tag andauernd und immer auf Facebook. Und gerade, wenn sich deine Zielgruppe auch dort bewegt, wenn du jetzt nicht sagst, okay, ich brauche jetzt hier die DAX-Unternehmen, die obersten, die werden keine Zeit haben für Facebook und auch keinen Draht dazu haben, möglicherweise. Aber jetzt gerade bei mir, die Selbstständigen, die auch Facebook viele Dinge erstmal ausprobieren, viele Dinge auch erstmal gerne verkehrt machen, weil sie das nur als Marketingkanal sehen und eben nicht, um selber auch wertvolle Kontakte zu knüpfen, ist Facebook das Nonplusultra im Moment. Durch die allein, egal ob Plattform oder Möglichkeiten, allein durch die dauernde Anwesenheit von so vielen Leuten zur gleichen Zeit. Absolut. Okay, weiter in unserem kleinen Fragenkatalog. Welche drei Mobile-Apps benutzt du am liebsten? Was ist auf deinem Startscreen? Ja, da geht es auch wieder sehr auf Audio. Also es ist eigentlich Audible und wirklich für Hörbücher, weil ich das sehr gerne höre. Da ist im Moment auch der Andreas Eschbach angesagt, also mal kein Fachbuch. Da nehme ich eigentlich eher Audible für nicht so normale Sachen. Ansonsten Downcast als Podcast-App, extrem genutzt, wenn man hier so Griffspuren am Display sehen würde, dann wären so die Stellen, wo die zwei Apps sind, auf jeden Fall sehr abgegriffen. Ansonsten wieder ganz banal die Facebook-App und auch so diese, die viele nicht so auf dem Schirm haben, diese zusätzlichen Apps von Facebook für Groups, nennt sich das eine, für die Gruppenorganisationen und Seitenmanager. Ansonsten zum Telefonieren oder sowas benutze ich das Ding eigentlich kaum. Das ist wirklich, benutze es wirklich um, um in den Sachen, also von den wenigen Sachen, von denen ich mich unterbrechen lasse. Dafür benutze ich das Smartphone. Das sind wirklich eigentlich nur Facebook-Messages und sonst fast schon eigentlich nichts, also auch nicht vom Telefon. Ich lasse mich nur von wenigen Sachen unterbrechen, weil sonst kriegst du nichts mehr gebacken. Stimmt. Und Downcaster ist das Pendant zur Podcast-App, die Apple ausliefert, ne? Genau. Downcast ist, genau, das ist so ein bisschen übersichtlicher, finde ich, die Podcast-App von Apple ist selber ein bisschen, für mich ein bisschen zu reduziert, auch wenn das, Downcast ist auch nicht optimal. Aber eins habe ich ganz vergessen, MindNote. Oh, und dann sind wir am Rechner eigentlich auch an. Das ist so mein, das hilft mir beim Denken, also so ein MindMap-Programm zu meinen als App und zum anderen hier auch als Desktop-App am Rechner selbst, wo ich einfach kurz meine Strukturen reinhacken kann und die darin umorganisieren kann. Das ist im Prinzip ein ganz simples, schickes MindMap-Tool. Sehr cool. MindNote. Pack mal in die Shownotes. Thema Musik finde ich immer super spannend. Was hörst du gerne für Musik, die dich vielleicht auf neue Ideen bringt oder inspiriert? Und da bin ich im Moment so ein bisschen, weil es findet ja generell so viel Entwertung statt, dadurch, dass die Sachen gar nicht mehr so physikalisch irgendwie vorhanden sind. Spotify ist da so bei mir jetzt gerade angesagt. Musik, das, früher habe ich ja mal Lieblingslieder gehabt, wie man das so hatte, aber so mittlerweile gibt es das eigentlich gar nicht mehr. Ich höre sehr gerne, wenn es was Beruhigendes sein soll, irgendwelche isländischen Olafur Arnolds, Ornholz, heißt der glaube ich, der sehr schöne Sachen macht, sehr atmosphärisch. Das finde ich toll. Ansonsten, also was ich mittlerweile nicht mehr mag, ist Pop. Das kann ich so nicht mehr hören, diese ganzen seichten Geschichten, die man im Radio hoch und runter gedudelt bekommt. Also entweder, wenn es richtig laut wird, also schon elektronische Musik, die dann sehr zur Sache geht oder was Leises dazwischen mag ich irgendwie nicht so. Das ist mir dann alles so dudelig. aber so ganz konkret kann ich da nicht werden. Aber alte Sachen, Kraftwerk und sowas höre ich nach wie vor sehr gerne. Okay, die Frage, die glaube ich in jedem Podcast gestellt wird, Thema Buchempfehlung. Du liest zwar nicht so gern und findest ein Podcast oder ein Hörbuch wahrscheinlich viel spannender, aber gab es in deinem Leben so ein Buch, wo du sagst, das könnte ich auch jemandem zum Geburtstag schenken? Ja, absolut. Also gerade in der heutigen Zeit wäre für mich noch die Empfehlung, das ist Essentialism von Greg McCown. Ich höre dann auch als Hörbuch zwangsläufig, der das, finde ich, wichtig, wieder nach vorne kehrt, worum es eigentlich geht, dass du dir Gedanken um das machst, was du eigentlich vor, weil sonst lässt du dir von außen alles aufdrücken. Und er hat auch sehr beeindruckende Beispiele aus seinem eigenen Leben, wo er im Prinzip bei der Geburt seines Kindes nicht dabei war, weil der Chef irgendein sinnloses Meeting anberufen, anberaumt hat, wo er später feststellt, er hätte gar nicht dabei sein müssen, wo du dann halt merkst, okay, jetzt habe ich wieder die Sachen, die von außen kommen, dem vorangestellt, was mir eigentlich wichtig ist. Und das führt super gut auf das Thema, dass man sich selber Gedanken macht. Und Selbstdenken wäre noch so ein zweiter Tipp, denn das fand ich auch sehr gut, wo man einfach, man kriegt halt so viel auf, man lässt sich zu viel aufdrücken, wenn man sich nicht andauernd wert gegen die Sachen von außen, dass man, dann kommt man überhaupt nicht mehr ins Selbermachen, ins Selbernachdenken und das zu gucken, was hilft mir selber eigentlich, was ist gut für mich und wenn was gut für mich ist, kann ich auch dann Dinge tun, die anderen wiederum helfen, was du sonst in dieser, sag ich mal, Mittelmäßigkeit halt nicht hinbekommst, dann machst du dein Standardding und ärgerst dich über die Telekom oder weiß ich nicht, machst du deine Sachen, die du halt machst, aber du wirst, du kommst da nicht raus aus dieser Geschichte und wirst nichts, rags nicht raus, sag ich mal. Ja, da könnte man fast sogar einen eigenen Podcast drüber machen. Absolut. Frank, wir sind am Ende unseres Interviews, kannst du uns zum Schluss noch einen Tipp mit auf den Weg geben zum Thema Sichtbarkeit und wie wir dich am besten erreichen können? Also der Tipp ist, was ja jetzt auch bisher immer schon durchgeklungen ist, wirklich rausgehen, sich trauen, mit der eigenen Stimme was zu schreiben, mit der eigenen Meinung nach draußen zu gehen, sich trauen, sich auszudrücken, auch wenn man denkt, das ist eine unpopuläre Geschichte oder ich vertrete hier was, wo ich gleich Gegenwind kriege, also wirklich Dinge zu tun. Online hat ja immer noch mal den Vorteil, du kannst viele Sachen, die du im Nachhinein wenn du dann doch zu doof findest, kannst du löschen und Facebook macht ja gerade auch so eine Kampagne, wo sie Leuten zeigen, dass man auch Posts von früher mal wieder löschen kann und so, um da zu zeigen, die Angst ein bisschen zu nehmen, weil das ist ja das Schöne, online kannst du viel wieder rückgängig machen, also wirklich den Schritt zu gehen, nach draußen zu gehen, das ist wichtig, egal ob es selbstständiger, als Privatperson, als Angestellter oder was auch immer, die eigene Meinung nach draußen zu vertreten und es gibt sich mit Sicherheit, ob es dann 15 oder 5000, es gibt mit Sicherheit Leute, die sich darin wiederfinden, denen du dann damit helfen kannst, in welcher Form auch immer und das finde ich sehr, sehr spannend. Finden tut man mich unter, im Moment noch unter internetpraxistipps.de, das ist noch so mein Blog, wo auch die Podcast-Folgen vorrangig im Moment veröffentlicht werden, ich bin nicht so der fleißige Blog-Artikelschreiber, ansonsten findet man mich sehr gut auf Facebook, da habe ich auch eigene Gruppen zu verschiedenen Themen, YouTube für Selbstständige zum einen und zum anderen mehr Kunden durch bessere Sichtbarkeit, das sind so die Sachen, wo ich mich vorrangig tummele und wo ich auch Tipps gebe und wo ich am besten erreichbar bin. Super. Frank, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den Input, für die wertvollen Tipps und Hinweise, wir verlinken alles in den Shownotes und ja, an dieser Stelle freue ich mich, wenn wir in Verbindung bleiben. Sehr gerne, schönes, angenehmes Gespräch, bis denn. Das kann ich nur zurückgeben, bis denn. Ciao, Frank. Ciao. Ciao. Ciao.